Wir machen heute Live-Stream und ja, ich spiel mit Amir und der König. Eigentlich ist er kein König, aber... Lerbisch... Lerbisch mit... Lerbisch Paisen. Monkey, warum hast du immer Dreck in deinem Ma... in deinem Haar? Warum? Warum? Ja, ich hab... Beste Frage. Beste Frage. Komm, was spielen wir? Ja? Geiz gegen 1. Komm, nein, hier. Hier einfach. Lass einfach die Teams. Nein, wir fassen die Teams. Dann lass irgendwas spielen. Dann im Optionslandung. Dann irgendwas. Nein, wir spielen jetzt Live-Stream. Warum Gleitens Koffer? Warum zu dir? Komm rein. Komm, Mama. Da draußen. Ja. Leute, immer kommt mehr. Immer mehr. Mit Tobias kannst du keine Spanobiles. Er fehlt dich nur. Also ich freu mich jetzt schon. Hä? Gut Deutsch gesagt. Juma, was machst du für sexisch Distanz, Alter? Hallo Tobias. Wie ist das? Tobias. Ja, Tobias, verpiss dich. Ein Schiff mit der Freundesliste. Oh, leider kann ich nicht. Doch, doch. Ihr könnt hier tanzen. Wollen wir Monopoly spielen? Oder Mörder? Wollen wir Mörder spielen? Wollen wir Mörder spielen? Ja. Was spielbar? Ich habe heute Dickenloch gekämpft. Oh Mann. Kreativ. Ich bin nur online gekommen. Komm und hab Duos. Ja, ich meine. Nur. Okay, ich meine. Kreativ-Map. Kreativ-Map. Blau. Redding-Blue. Aber kein Redding-Blue. Das nervt. Absolut. Absolut. Ja, ich meine. Mörder nicht. Mörder nicht. Aber kein Redding-Blue. Kann kein Redding-Blue. Nee, nee. Was ist das? Hallo, ich bin noch nicht da! Oh cool, schau es aus! Schau es aus! Digga! Oh, das geht geiler. Cool, Alter. Ich bin Sacki, ich habe hier! Rein mit mir! Hey! Hey, du da! Mit die Kappe, komm rein! Ne, rutschen! Ne, Wasser rutschen! Komm, lass mal rutschen! Lass mal rutschen! Ne. Nein. Machen wir schon mal ein Wasser rutschen? Alles. Schau mal, mach, schau mal. Party, Wasser rutschen. 113 M. 153. Was geht? Komm rein, Alter! Wollen wir mich angreifen? Was ist denn die Waffen? Was ist ohne Waffen? Das ist die beste Einstellung, Alter. Was? Ohne Waffen? Äh, mit Waffen. Oh, geil, Waffe. Guck mal, der ist da. Wie! Und keine Taktik von der Windischung. Was? Oder was habe ich denn? Was habe ich denn? Oh, ja, trauen wir dann dürfen. Unterheilung! Minis. Aber ich mache jetzt mal ohne Heilung, weil... Oh, ne, komm, ich bin hier, wie nicht. Ich mache ohne Heilung. Ich bin das. Hallo, ich bin große. Alter, ich trinke mal. Bäh. 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 Ich mache ehrlich, ein TikTok zu machen. Sag sie doch nicht, Alter. Sag sie doch nicht, Alter. Sag nicht, Alter! Nö, du machst nicht, Alter. Bist du bereit zu verkacken, Luis? Herr Louis? Wo bist du dir? In Monopoleland. Was? In Monopoleland. Halt mal, lecker. Bist du bei uns drin? Aber ich finde keine Pump. Ich finde keinen Heavy Pump! Bitte ganz kurz abkneim, ohne Heavy Pump. Der mich abkneimt ist, kriegt ich ehrenlos so richtig. Ja, aber Jason hat eben nicht so gut läuft. Ja, Jason, wehe! Ja, du kriegst mein Headshot. Brr! Brr! Ich knall dich nicht! Aber ich knall doch nicht ab! Jetzt beruh ich dich! Ich knall dich nicht ab! Du brauchst noch warten! Ich knall dich aber ab! Aber weil du es gewischtest! Du brauchst noch warten! Warte, ich bin heute ausgedrückt! Warte! Jo! Jo, Alter! Ich hab dich sogar mit Sniper getroffen! Mann! 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 Du bist so rüchig! Mann! Du bist so rülchig! Mann! Ich erledige! ich bin ja erst online gekommen und wenn ich hier kann ich mache ich euch weg um wenn nicht und besser wäre länger spielen könnte mann, du bist ja ehrenlos. Halt die Fresse! Du bist ja ehrenlos. Und der Bot. Du auch. Nö, ich hab den gerade greifiger hier. Wow, so cool. Ich kann ja backen, du bist so dumm. Doch wie man Lichtwerte machen kann im Fortnite. Hä? Noma, du kannst es mal ein Nein geben, also? Ja, weil ich erst gerade ein M online gekommen bin. Kannst du oder du keine machen? Oh, Leute! Da macht keine Headshots! Warum nicht? Was dritt dir erst mal ein? Du geskillst! Ta-da! Ta-da! Du bist... Digga... Hat er dich getroffen? Ja. Bleh! Jason, Digga, du hast noch nie getroffen. Ha-ha! Nein, 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 nein! Hä? 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 Was ist bei dir falsch gewesen, Digga? Du wirst gerade vor zwei Leuten gekriegt. Ah, du! Ich furcht, Alter! Gut, ich wollte dir helfen, Digga. Was machst du, du kannst mich ab, Digga? Ja. Ich wach bereits, geh geil! Ich wach bereits, geh geil! Was wirst du jetzt da oben? Er will nicht. Da ist der Gummisch das jetzt. Ah, Poff, wo? Ich bin dann unten. Der chillt immer irgendwo, du. Ich bist. Attacke! Ja. Scheiße, Omicron, Omicron! Schlalle! aber was willst du wieder meine kürze ich will nicht ich habe 100 da habe ich es geht zu den lulis nun ist genau es liegt unter mal hallo ich habe ich doch ab alter das heißt gegen 1 angsthase ich habe mich auf ich bin ich jetzt einmal bist du bist du weg alter ich fuß dich weg kommt doch hoch und ich okay gleich auf lui schießen jetzt du bist der große bot du kannst du absteigen du kannst dich was nein Oh, was denn überhaupt bist du, Alter? Komm, ach, hallo. Du kannst auch dich snipen. Ach, wer schallt du? F***! Ich hab mir den Schokolade gegeben. Oh, so gut. Der Luisa kann ich meinen Zehen gesehen. Warum, eh? Weil ich nicht deinen Namen sehe. Weil ich euren Namen nicht sehe. Warum? Ich seh nur... Ich seh nur... Ich seh nur... Amir ist der Name. Boah! Alle snipen, Leute! Ich weiß den. Offenwichtig, dass der... Ich snipe den jetzt, Alter. Woher? Der kriegt jetzt einen Headshot. Boah! Digga, es connected an mich. Ne, das war so ein Headshot, das war so... Junge! Nur... Nur, wenn du den erbackst, dann beschwör dich. Du bist ja auch nicht. Aber das ist... Den Clip will ich doch machen. Nicht du. Hallo, wer? Hä? Ja, trotzdem. Ich mach den Clip aber. Nein, ich... Nur... Ich sag... Boah, es schießt keiner aus dich. Weil ich hier nur noch nicht zuerst gesehen. Abstauber. Kann ich auch sagen. Aber was? Was hast du gesagt von mir? Hast du auch von mir gesagt? Ja, aber... Ich hab... Ich hab ja nicht abgestaut. Eigentlich... Wo ist der? Wo... Wer hat mich denn getroffen? Niemand. Und... Ja? Äh... Das hat ja auch nichts mit Ketten zu tun. Boah, ich hab gerade mit zwei Blödmänner! Und ich kann mich mit... Ich kann mich mit... Ich kann mich mit einmal mit einem beschäftigen. Weil einer zieht auf mich und einer gibt mir nen Headshot. Wolle ich jetzt euch nen Headshot geben? Das hast du wenig. Oh doch. Oh... Oh... Ghosted. Oh... Was ist das? Oh... Okay... Der hilft. Kiegt aber jemand runter. Lui? Lui? Der fehlt auch hier so gleich. So, jetzt stopp ich mal ab, Lui. Jetzt siehst du mal, wie das hier ist. Tor schon abgeschafft. Nö, ich hab... Erstaub mein erstes. Oh, Mia! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Immer wenn der Lui mich erwischt, dann triffst du... Ja, Junge, staub doch ab, Alter! Abstauber. Ja, kannst du nicht. Ja, hast du auch gemacht. Da haben wir es hier abstauber. Alter, ich bin so ein Hacker! Was? Du hast mir dreimal abgeschafft. Ich mach einfach! Ich mach einfach! Ich schlage! Ich schlage einfach! Und alles geht kaputt! Schau! Warte! Ich mach fertig, dass ich dann schlagen kann. Es geht dann... Ja, komm doch einfach mal her, was für Hacker, Alter! Du hast noch nie mal die mitgeschafft, oder? Nein, schau mal, schau mal! Ich schlage, zieh mal eine Spitzhacke! Es ist normal gebaut! Es kann nicht aufstehen, das ist normal! Ein Schlauer kaputt! Ein... Ein... Mit einem Schlauer kaputt! Als ob der dich abonniert hat, aber... Oh, jetzt lass... Jetzt lass mich einmal in Ruhe! Armin, lass mich jetzt mal in Ruhe! Komm mal! Hei, mach hallo! Hei, mach hallo! Mach bitte... mir jetzt Glück bringen! Ja, bitte! Ja, ja! Dann werde ich nicht, wenn du kannst... Der hat ja gar keinen Glück gehabt! Bitte, mach mal! Ja, es wäre einfach besser! Das hat er nicht, das Glück zu tun! Ich wäre nicht, das wäre besser! Ich bin für mich! Ich bin für dich! Ich bin für dich! Hinter dir! Ich bin für dich! Komm! Baudo, bin! Baudo, geht! Zwei Schiss auf mich! Sonst geh ich gleich raus! Ja, Digga, du sagst nur zwei Schiss auf mich, sonst geh ich gleich raus! Bäh! Sag das nicht, Bäh! Wann bist du gleich geliefert? Du? Äh, ich geliefert? Ja! Mit deinem Freund! Geliefert! Ich komm nicht vom Puschen! Ich komm nicht vom Puschen! Ich komm nicht vom Puschen, Bäh! Boah, lass mich doch! Ich sag nicht geliefert, das heißt killn! Okay. Bro. Bro. Bro, digga. Bestes Doll. Boah. Hoppela. Begum, digga. Er hat sich so recht das lustig bekommen. Digga. Der ist kein Bug, Bruder. Abia. Er folgt ist ein BOT. Sein Bug. Ich weiß. Das kann ich gar nicht mal verflüfft nicht spielen. die waren bereits fertig und da fällt jemand runter das das ist egal wie du heißt egal 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 ich kenne wird die stoppen Ich bin am Schneiden, du Affe. Bleh. Der will mich spitzern, aber kannst du nicht. Ja, für dich wäre jetzt nicht krass, weil ich jetzt fast geklittert hätte. Fühl dich jetzt einfach nicht krass, du. Ich bin einfach besser als du bist. Warte noch. Boah! Gib mir keinen Hacker, Alter! Doch! Wenn du mir einen Hacker gibst, Alter, ich gebe dir so einen... Ich gebe dir einen Bot, Alter. Ich gebe dir... Bum! Du bist so ein Hacker! Ja komm, lass mir melden. Warum bin ich Hacker? Du schießt! Ja, fünf Kills! Du hast das scheiß Sniper, Alter! Spiel jetzt mit guten Waffen! Komm, lass was anderes spielen, lass was anderes. Ja, nee! Okay! Mach was kurz. Du hast dich zu... Äh, weg. Boah, Junge! Aber dein Freund ist ne Angsthase, ne? Ich weiß. Der kann... Der kann gar nichts raus. Der kann gar nichts raus. Wer online ist. Vielleicht nervt er mich. Was? Walsch, komm raus, du Angsthase! Wenn irgendeiner reinkommt, dann picke ich ihn jetzt. Digga, gib mir zwei Headshots. Ich bin tot. Fock, 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 fock. I headshots. Ich bin einfach Face-Clan. Ich seh den da wieder. Ich... Oh, ich hab ne gute Waffe. Ich hab' ne gute Waffe. Ja, denn sonst kannst du kein Sniper. Warum willst du mich verarschen? Nee, eigentlich nicht. Aber wenn du schon gesagt hast, dass ich das machen soll, dann mach ich das. Warte! Ja, hol'n Minigun! Oh, Schilder mal sehen. Ähm. Oh, ich hab' nicht so'n Headshot. Okay. Ja, du bist festgelegt. Ich hol' dich eh so oder so. Jetzt reicht's nicht da! Ich komm' jetzt mit voller Power angerebt! Weißt du, du hast halt'n Amt, Alter. Boah, ich hol' den jetzt, ne? Ich will einen Minigun mit einem Druckerledigen. Wenn du Minigun weglässt dann lass' dich bisschen mehr rufchen drin, aber... Was? Oh, Junge, steifeln mir schlecht! Ich will einen Nacken nicht. Boah! Schill doch mal an deine Eier, Alter! Aber lass' den Minigun rufchen drin, du. Ich geh' dir so nicht genug. Ich bin eh schlecht damit, Alter. Lass' mich okay? Ich will irgendwo schwinde! Boah, hässlich. schmack jetzt aus ab hier ist ein hacker ich bin gegangen jetzt weiß ich ist ein schuss wir kommen ja ich bin alter Ja, weißt du noch, du... Ich wicke jetzt habt ihr. Du, es hat bestimmt drei. Sechs. Oh, krass. Ich hab acht. So, ich mach jetzt ausgereicht. Okay. Ich hab die Nase voll. Die Nase voll. Was hast du denn? Oh, Junge. Oh, Junge. Na, jetzt. Wir stehen doch. Ich schlitzte dir nicht. Ich schlitzte dir nicht. Ich schlitzte dir nicht. Jetzt lass dich hier aus, Alter. Weee. Verstanden? Und dann freutest du den Schisser. Du bist ein Schisser. Luis. Stimmt. Oh, lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Das bin ich so gar nicht. Okay. Lass dich in Ruhe, ich geh auf Luis. Ich geh schon auf Luis. Ja, okay. Ich geh auch auf Luis. Ich geh auch auf Luis. Ja, okay. Ich geh auch auf Luis. Nein. Dann lass uns gemeinsam das machen, ne? Ja, ja. Ich geh nicht gegen dich. Warum? Ich geh nicht. Ich geh nicht. Oh. Amir! So, ich mach jetzt aus. Ja, wenn du dich ausmach. Ich würde ja dann älterlich wussten. Ich hab die. Ich hab die. Ja, der bleibt nicht. Ich bin mit Luis beschäftigt. Alter. Da. Jetzt reicht's mir, Luis. Was? Brrr. Weißt du, Jason? Du bist Jason? Weißt du, Jason? Weißt du, Jason? Brrr. Noll! Hör auf, du Bauch, du Angsthase! Ich zieh auf dich! Oh, jetzt hör auf, Abia! Na toll, jetzt mach ich aus, Abia! Ich hab die Nase voll! Du darfst immer machen, was du willst, und ich zieh auf Luis, und du ziehst auf mich! Chill der Heuer! Ich chill mich! Ich chill mich! Jikes, alter, Jikes! Ich tötte dich! Ich tötte dich! Aber in echt, du, der Sportart! Ich... in echt! Oh! Und jetzt lass mich in Ruhe! Verstanden! Ja! 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 Schnapp los! Jetzt lass mich doch! Ich schnapp den jetzt, weil der in Angsthase ist! Wer? Abia! Du bist in Angsthase! Ne, meine, aber ich älg, bin ich jetzt wieder! Aber dafür kann ich besser... Komm her! Komm her! Ja, Alter! Ja, Alter! Wird mal eine verdammte Schnellschusswaffe! Ich bin ein Nervensäger! Ich bin ein Nervensäger! Ich bin ein Nervensäger! Ich fähre ich eine! Sag das nochmal! Halt die Maul, Jikes! Halt du dein Maul! Das war nix, leider! Ne, wir sollen richtig! Immer wenn ich auf Louis losgehe, gehst du auf mich! Siehst du! Boah, das ist ja ne verdammte! Junge, was war ein Gott, Junge! Mann! Doch im Boot nämlich Junge! Hast du jetzt Warlex oder Mann? Nicht der! Nicht der! Mach den bitte! Mach den bitte! Kicken! Bitte! Ne, ich kann dich gerne kicken, wenn du es dich in der Maul ist! Oh ne, jetzt werden wir verletzen! Ja! 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 Und macht mir keine schlechte Laune! Und es ballert euch alle! Schanden! Das hat sich von mir eigentlich verändert! Was? Das hat sich von mir eigentlich verändert! Ich muss aber einstecken! Das ist einfach! Ja! Ja! 5! 1,5! Ah, ja! Und das ist einfach so! 5! 5! 5! ich ja Marco spielt. Welcher Marco? Weiß hab ich denn nicht. Ah, wenn du jetzt sagst, kicke ich dich, Alter. Dein Marco. Dein Marco. Dein Marco. Dein, sonst. Das ist eh nicht. 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 Aber. Du musst verlassen. Jetzt rät mich da oben. Jetzt geh ich da hoch und balle in einer. Du brauchst mich verreckt, Alter. Der verreckt jetzt. Der verreckt jetzt. Der ist so ein Angsthase. Der kann gar nicht mal zielen. Stimmt. Und ich lass den Arm jetzt in Ruhe. Und lass den Arm auch jetzt in Ruhe. Verstanden. Sonst zieh mich gegen dich. Verstanden. Ja, da kommt der Arm. Ja, da kommt der Arm. Ja. Du. Junge. Du. Ich bleibe nicht versteh'n. Luis ist der größte Bot. Komm. Luis, ey, ne? Du kannst es besser, als mit Umkehr in Waffen zu gehen. Ja, komm, ich zieh'n. Weil er ein Bot ist. Ja, komm, ich zieh'n. Ich zieh'n. Ich zieh'n. Ich zieh'n. Ich zieh'n. Jooo. Jo. Mach doch die Wände kaputt. Wann zieh'n dir eine Überraschung. Ja, das ist ein Auge. Ich hasse Überraschung. Ich hasse Überraschung. Der ist dann hier drin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war ein Bot. Er verletzt. Ich weiß nicht, ob ich dich versteck'n. Lulis, hast du jetzt ernsthaft verlassen? Ja. Weil du scheiße bist. Ah! Wohin soll ich verlasse? Lulis, soll ich dich nochmal... Ja, komm, ich wirst du nicht wieder als Freund. Mach doch. Kein wahrer Freund. Was? Wer? Schussgeil. Lulis. Ich? Ich? Ey, Jason, soll ich Freunde aufnehmen? So ein Freundesvideo oder streamen? Ja! Lulis will doch bestimmt eh nicht mitmachen, also... Doch, ich will mit euch mitmachen. Ah! Ja, aber trotzdem, wir waren es nicht. Oder, Jason? Willst du das Ding nicht machen? Nein! Nein! Der Lulis ist böse und wir kämpfen gehen. Ich bin nicht böse. Du Dummi. Hallo! Ich wollte nur Freunde, also... Ich wollte nur noch einmal zu selten, wie du mir sagst, aber es kommt so genau, Alter. Okay, komm, ich bin Freunde, Leute, also... Wie? Ja. Ich bin in, äh... Boah, okay. Ich bin im Kampflabor, dass wir Freunde sind, so. Du kriegst jetzt ein 200er. Hör auf! Was glaubst du Spiel Freunde? Whoa, ich bin im K maj Study, also... Nicht genau, um dem Spieloppel überschuss. Jetzt noch mal nicht! Ich verlasse, ich verlasse! Ist auch R season 2, oder? Wurst 혹시 auf Röl Polsce, Brüder? Muss auf Kと? Was kann der Lyle lasen? Komm alle unglaublich? Ja der, wer mit mir zocken will, ich darf jetzt bis... Zehn... Ah! Hallo, wo seid ihr, Armia? Kommt doch mal raus, alle raus. Auf Rot? Ja. Bin auf Rot. Wo seid ihr? 1, 1. Was? Was? Wo seid ihr? Rausgegangen. Achso, den Kreditmus verlassen? Ja. Was machen wir, spielen? Ähm, weiß ich nicht. Kaffee spielen mit Freunden. Ja, aber nein. Man macht nicht nervige Musik aus, bitte. Äh, die Nacht. Bisschen. Weil es gehört nicht zu Freunden. Da muss man ja halt bisschen. Warum Freunde? Ich mach ein Live-Team. Für was Freunde? Es macht doch keinen Spaß, glaube ich. Komm, warum ist das so viel Spaß? Los! Benji spielt. Ne, wow. Da sind doch viele. Ich kann auch besser machen. Warte! Ich kann besser machen. Warte! Ich hab ne neue Farbe, Alter. Jo. Ich kann auch mal fliegen. Ich hab ne bastante Angst, Alter, Alter. Ja? Ja? Ja, nehmt. Warte! Schussi-chack! Ja? Ja? Du, Diggaard! Ja! Ich hab ne всех... Gebirgat! Ja, Alter, nicht in der Hölleuge. Ja? 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 Nein, 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 nein! Da war nämlich einmal einer, der hat die Stimme... Genau, das ist genau derselbe, mit derselben Stimme, Digga. Ich hab gesagt, ja, das ist ein Schwester, spielt gerade... Hallo! Ich hab dich nur mit meinem Cousin eingeladen, der wollte ich nicht. Ich bin nicht dein Cousin! Mach die Musik! Mach die Scheiße aus! Okay, dann mach ich halt nur Fortnite-Musik. Nein, keine Musik. Das ist deine Lieblingsmusik. Nein! Fortnite-Musik, das ist deine Lieblingsmusik. Nein! Springen aus dem Burshaus, begrüße den Fahrrad... ...könnt du das? Nein, das ist nur ein Schein. Hallo, Flos! Ich hab was los gemacht! Oder soll ich das nicht machen? Das ist richtig cool! Wenn ihr da nicht... Nein, wenn ihr da... Ich mach's ganz kurz mal an. Das ist von Stanni. Und nicht mich kicken, ich will's nur euch zeigen. Wartet. Oh nein, mach die Scheiße aus, Alter! Oh nein, mach die Scheiße aus, Alter! Okay! Jetzt kicken ich dich! Okay! Okay, der hat vielleicht gesagt... Ich mach's aus! So hab ich, hab ich! Hab schon! Ich mach's mal, ne? Hab ich! Okay, der hat Kampf. Aber ich will kämpfen nicht so scheinig. Oma, ich muss mal das Witz schnell einstecken! Es wird nicht ein, wenn du das kaputt hast. Oma, guck mal! Guck mal, wieviel Prozent... Aber ich darf noch ein bisschen spielen, dann kann ich mal das Witz einspecken. Warum bitte? Warum bitte? Mach mal nicht bereit, hier bitte. Okay. Jetzt? Aber wir jetzt? Warte! Hallo! Ja, ja. Boah, sonst kicke ich dich! Genau. Jetzt mach die Mädchenmusik aus! Sonst kicke ich dich! Wer? Wer? Dich! Ey, warum ich? Ich hab keine Mädchenmusik! Was laberst du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Junge. Anja hört die scheiße Musik an! Warum dieser Bullshit jetzt auf einmal wieder nicht klappt. Eben hat's nämlich geklappt. Das ist so ein Bullshit! Die sollen diese scheiß Spielwiese wieder reinbringen und das fucking Kampflabor raus tun. Was? Ich werde mich heute gerne nicht melden. Oh, jetzt denn. Ich fack mich so ab, dass der... Dass man... Desen, wie wär's, wenn man am Anfang mal nicht bereit macht. Du bist eigentlich nur zu doof, ne? Ich? Ja, los! Auf, los! Ja oder nein? Was spielen wir denn? Was wollt ihr spielen? Ja! Wir spielen, äh, Freunde. Wie eben. Warum Freunde? Es macht keinen Spaß. Ja, komm! Ja, komm! Und du kannst auch kurz tschüss! Nein! Nein! Aber... Aber jeden Tag freundlich zu spielen! Nix aber! Nix aber hier! Wir haben auch den Playlist nicht mehr gesehen, nigga! Ja, komm! Okay, Jason, spielen wir Arena durch? Nein! Oh, Leute! So viel Geschrecken! Keine, Digga! Ja, hallo! Was ist? Hallo! 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 ZU Hm?! Nein?! Ich schieß ab! Ja! Ja! Das ist alles! Ich bin Vater... Ja! Oh mein Gott! Vater, Tochter. Ja, klar, machen wir das, ne? Ja! Ouwe, Vater, T Achter! Ja, du bist so! Oh nee! Nein! Du bist so, ein... Oh nein! Nein! Und du ... Na... Nooo, der Bruder dann! Okay, ich bin neun! ja okay ich bin dann wenn ich die mutter in die mutter ich bin die mutter die weichen mit ihm dann bist du 30 ich bin ich bin ich bin ich bin einfach 27 der passt nicht ja nichts dagegen ja das ist ja nicht abgeschossen habt ihr mich verarscht nein ich bin der böse papa ist genau bei dir hinter dir hat jemand von dem skin in paul hat die frau die frau von paul skin welcher spielen spielen ja weil er der böse vater ist und du bist die gute mutter an einem team aber es hat nur geschrieben wer 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 sagt ich bin in sein team okay nicht dann bist du aber der bruder ich bin mutter vater kind dann bist du halb der bruder ich bin ich glaube ich darf nicht spielen ich mach gerade ein light team und louis bist du scheiße oder scheiße ich glaube da würde ich besser papa in den film nehmen alter aber und wir in einem typen ich so fassen wollen wir dann zu den pläsenpark Wir finden doch so eine Plässenpark-Map, dass der ein Böster ist, einfach nur eine Plässenpark-Map. Einmal mal. Wir finden doch so eine Plässenpark-Map. Einmal eine normale Plässenpark-Map. So, kommt doch nach unten, bin ich dran. Nein, das trau ich nicht. Spaß aus dem Ding. Hey, tschuldigung. Viel Spaß. Kann auskommen ins Ding. Mama, da gefahren! Aua. Ja! Ja, du musst ein Männchen ins Ding nehmen. Jemand ist beigetreten. Ja, Nick. Das ist der Bruder. Nick, du musst ein Männchen ins Ding nehmen. Du, warum? Du bist nicht drauf. Ja, okay. Nein, Nick. Den nimmst du nicht. Nimm meinen Mann! Nimm meinen Mann! Nimm meinen Mann doch! Bist du mein Mann! Mama! Mama! Du bist unser... Du bist unser... Du bist unsere... Die Tochter. Von der Mülle? Unsere Tochter. Ja, okay. Nick... Nick ist... Nick ist der Banansohn. Banansohn? 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 Ich bin doch fast Bananen genommen. Ja, was doch noch mal alle verlassen. Nick! Ich bleib in der Lobby. Hallo, Pinot? Alle Kreativ verlassen. Pinot? Ja? Ja? Ich weiß, wie wir Lichtschwerter machen können und dann kreativ spielen können. Bier? Okay, Bier? Pino? Nick? Ja? Geh mal den Kreativmodus verlassen. Pino? Was? Was? Äh... Ähm... Halt. Ähm... Kannst du mal wie Lichtschwerter gemacht haben? Ich ne... Ja? Du drauf? Ich nehm meinen Mamasken, okay? Ich nehm meinen Mamasken. Ich nehm die... Und Nick, ich zeig dir welchen du nimmst. Lane, was willst du? Ach... Mutter? Ich bin Mutter, Vater, Kind. Okay. Was soll ich sein? Was soll ich sein? Ähm... Wo muss ich raus durch den Kreativmodus? Ich bin die hier. Ach, Scheiße. Leute, was soll ich für eine Pickaxe nehmen? Ähm... Wollen wir dann so einen Laden hin machen und ich bin der... Ähm... Der, der halt... Der Verkäufer von Laden. Ähm... Hallo. Ja, soll ich? Achtung. Okay. Welchen Skin soll ich anziehen? Ähm... Nein. Es ist kein Vater-Skin, der eine. Es ist kein Vater-Skin. Was denn? Was soll ich denn sonst nehmen? Du nimmst vielleicht, äh... Du nimmst vielleicht, ähm... Du nimmst vielleicht, ähm... Den Ruhltruperin... Der Ruhltruper... Nein! Vielleicht dann den... Vielleicht dann den... Haul! Vielleicht Ruhltos... Vielleicht den einen... Vielleicht... Vielleicht Batman... Wenn du hast... Oder vielleicht... Oder vielleicht... Ähm... Wo muss ich denn... Ähm... Ich hab ne Idee... Ich hab ne Idee... Ich hab ne Idee... Ich hab ne Idee... Was spielt ihr, ähm... Lulis? Ja? Ich bin die Mutter. Du bist der Vater. Und ich... Nein, wenn der... Ich bin die Tochter. Ich bin die Tochter. Ich bin der Verkäufer von einem... Ähm... Nein! Ich... Ich möchte doch der... Ich möchte doch der Vater sein. Wirklich, ich bin der Vater. Ich bin der Großen... Ja, ich Kletter... Aber kein Böse... Oh, also ich bin euer Vater. Was wollt ihr immer? Aber kein... Aber ohne Böse sein. Ohne Böse. Ich mach... Ich mach... Ich mach so... Ich mach... Ich mach... Mach den Blässen Park, ne? Halt... Ohne... Ohne kämpfen. Ja, okay, Paul! Du bist Ninja! Du bist der Vater! Ich bin die Mutter! Lass Kampflabur! Nein! Das ist... Geht nicht! Das ist kaputt! jetzt kann man da kann man nicht mehr rein kreativ er darf da einfach irgend so ne map machen irgend so ne map warum geht kampflabor war da gestern drinnen erst bitte banana niemand will banana in der familie müssen essen einfach aber das kann nicht reden mach mal den weg er kann nicht reden nein er kann reden hallo ich rede die ganze zeit ja dann hätte das man machen ja du musst einen anderen was für ein warte ich sag dir welche und du sagst dann welches deadpool maya dieses katzen skin dieser diesen zehn der letzte skin nimm einfach einen der baum nehmen einfach einen jungen einen jungen nachdem die wohnen in einem anderen skin so ein ja ohne schwerter ich mach jetzt bereit pino wie soll ich ohne schwerter mach bereit ja nick nimm den oder wollen wir ein gefängnis map machen eine gefängnis ähm paul nein doch eine gefängnis map mach bereit komm mach ein gefängnis doch nein ähm paul kreativ ja mach bereit okay kreativ logisch bereit hallo paul hm mach doch bereit es sind alle bereit es sind alle bereit den haribu was ist da mit rewi monkey hat die ja und jetzt ist ein ich hätte den disk track von rewi den gewittern kopf nein nein schau mal kurz anmachen ja nette komm lass mal rutschen komm lass mal rutschen lass mal rutschen komm hä oha deswegen bin ich nicht reingekommen bin die ganze zeit nicht reingekommen da weiß ich nicht so um die fünf minuten und dann bin ich erst reingekommen schau mal wie bei wo ich bin schau mal guck mal hörst du mir guck mal zu mir Pino ich kann vielleicht nur ein bisschen schlechter wie an wei ich kann vielleicht wieder da oben warte ich will gleich wieder da wo ich glaube also hallo ich verkaufe ich verkaufe Dings ich verkaufe hier ich weiß nicht wo kommst wo ich bin weil ich er muss einfach nur hochlaufen und nicht springen wo ich bin wo ich bin ich kann vielleicht ein bisschen heute ähm ich hab ähm meine ähm so schön du weißt du kommst hier nicht mehr raus ne doch einfach einfach die Option Taste und dann und dann Zentrum hast du gesagt toll stellt jetzt eine Map ein ja Ja, aber welche? Weiß nicht, ich hab voll Bock auf den Knast, ey. Ich mach was. Ich hab mir was, das ist nicht an. Ey, gibt's dann jeden, wenn wir drinnen sind, einen Fallschirm. Wenn man einen Fallschirm hat, dann hat man nichts in der Hand. Dann hat man keine Achse in der Hand oder so. 100% ernst. Ja? Was machen wir zur Feldmap? Hallo. Ja, mach irgendeine Map. Hier. Ja, still. Ey, das ist ein Jump One. Warte, ich komm gleich raus, ich komm gleich raus. Ich wollte nur kurz reingehen. Wir können ja auch selber eine bauen. Ja. Ja. Auf deiner. Auf deiner. Kannst knicken. Auf deiner. Auf meiner, auf meiner. Aber ich hab alle voll. Ich hab schon alle voll. Juhu. Er kommt auf meiner. Okay. Warte, ich mach eine neue Map. Damit alles leer ist. Komm mal her. Komm mal her, du einer. Paul. Ninja, komm mal her. Ninja, komm her. Ninja, hier bin ich. Hier. Hallo. Ninja. Hier. Mein Kollege, Rolas, der warte ganz kurz. Bitte. Paul. Paul. Du weißt, dass du der Vater bist und ich die Mutter. Weiß ich. Ja, bin ich da da. Warte, so geht das hier. Na voll. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ja, wir gehen in Zanesmith. Warte, ich guck mal, ob die leer ist. Warte, Gott. Warte, ich guck mal, ob die leer ist. Oh, 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 oh. Ja, aber ich bin auch drin. Ja, ich guck mal auch. Ja. Sie ist aber nicht leer. Kommt alle rein, dass die Map die Tymffold spammt hat. Dass die Map die Tymffold spammt hat. Dann mach die weg. Dann mach die weg. Ja, weiß ich nicht. Kommt alle raus, damit ich die weg machen kann. Gib uns Bauch. Damit ich die leer machen kann. Nick. Gib uns Bauchrechte. Geh zurück zum Zentrum. Warum? Dann ist die Map leer. Dem die Map gehörten muss kurz was machen. Was? Wer soll denn das machen? Ja, auch nicht. Kann drinnen bleiben. Mach uns jetzt Bauchrechte geben. Say, du kannst das trotzdem machen, wenn wir auch drin sind. Ja, aber dann seid ihr dann drauf. Na, egal. Junge, wie soll ich euch Bauchrechte geben, wenn ich noch nicht mal drinnen bin. Wie lange dauert das bitte? Wie lange? Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Meine ist. Der beiden, wo meine ist. Und was spielt ihr so? Play-Session. Play-Session. Du dann, Luis. Äh, play. Ne, kommt nicht. Das könnt ihr eigentlich nicht auch gut spielen. Gib uns jetzt. Super, voll cool. Ich muss rauskommen, ich kann nix machen. Hallo? Ja. Ja. Ich geh zum Zentrum. Ja. Bei mir packt das. Ah, 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 ah. Nee, 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 nee. Geht zurück zum Zentrum. Nee, 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 nee. Ich glaube, die ist jetzt leer. Zurück zum Zentrum. Ja, zurück zum Zentrum. Ich könnte eine neue einstellen sehen. Ist die leer? Ja. Ja. Nur der hat Baurechte. Also, wo wusstest du noch, wo wir... Aber macht nichts kaputt, ja? Weil Connor alles kaputt gemacht. Ja, Connor hat alles kaputt gemacht. Es ist doch keine Mähe, Digga! Es ist keine Mähe. Doch. Nein. Das können wir selber bauen. Ja. Es ist halt gar keine Mähe. Es ist keine... Es ist kein Haus. Ich komm gleich. Baut Häuser und so hin. Was? Ja. Mauer, Mauer sauber. Kein Freund. Ja. Und du stellst heute keinen Wecker? Ja. Ich auch nicht. Paul. Paul. Ja. Komm mal heimlich. Team 2. Du wirst schon das alles... Alle das können. Wo seid ihr? Seid ihr? Seid ihr? Was? Seid ihr? Seid ihr? Seid ihr? Seid ihr? Seid ihr Aliprio? Wo bist du? Die Klinik. Seid ihr? Seid ihr? Seid ihr mal eine Munition ein? Seid ihr mal ohne Munition ein? Ohne Waffen! Ohne Waffen! Ohne Waffen! Ohne Waffen! Mann Don Luis, was hast du gemacht? Ne Stadtmachricht! Ja. Hä? Warum schießt du mich ab? Hör auf! Was baut ihr da hin? Da hat mich schreit alles gebaut. Nein. Nur eine Sache bei mir. Hey! Hör mal auf! Sonst nehme ich euer Dingsweg. Ja, stell jetzt mal so ein Englisch Munition ein. Warum das ist... Ja, ist ne Stadt? Es ist eine Stadt? Es ist eine Stadt? Warum? Es ist eine Stadt? Es ist eine Stadt? Warum soll man... Ey, wer hat das jetzt alles gebaut? Ich. Das hat Don Luis alles gebaut. Warum? Hier sind Häuser, die noch nicht mal ein Echt geben. Hier ist ein Mol hinter... Paul, wir wollen einen, hinter einen. Paul, komm, wir wohnen hier im Weißen. Paul, komm, wir wohnen hier im Weißen. Es ist aber so. Paul, das ist hier. Paul, das ist hier. Das ist im Falschen. Hier. Juhu! Da haben wir doch das TikTok wieder gedreht. Ich wohne... Ich wohne hier. Ich hab ne Gelbis aus dem Haus gepuppt. Hallo! Hallo! Ich wohne hier also. Mach ihm die Baurechte weg dir. Mach alles kaputt. Ey, hör mal auf, alles dahin zu bauen. Hä? Man kann hier nicht zu den Haus rein. Lol. Doch, man kann. Du siehst es heute. Wer macht hier grad diesen Laden kaputt? Welcher? Welcher? Na? Mach doch kurz den Laden weg. Warum macht der den Laden weg? Warum macht der den Laden weg, hm? Sag schon, du hast ja ein eigenes. Ja, so. Man kann sogar... Man kann ja auch eigene Sachen erstellen. Paul, hier, hier ist uns. Soll ich einen Traktor platzieren? Nein! Doch! Mach einen Traktor. Ey, ihr habt zu viele Sachen da... Was baut ihr alles dahin? Ich brauch... Ich brauch mein Gebrauchwerk. Paul? Ja. So? Soll... Soll ich denn? Soll ich denn? Guck mal, was ich habe. Soll ich das mal hier platzieren? Was? Siehst du denn? Wir brauchen ein Fernseher hier! Warum Fernseher? Fernseher? Okay. Soll ich wieder da... Ah ne, warte, ich kann den Fernseher... In welchen Haus ist das denn? Nein, Leute, ich mach euch... Ich mach euch... Ich lösche gleich alle Häuser und mach... Warum? Ich mach Häuser, wo... Ich mach Häuser, wo da Fernseher und alles da drinne ist. Guck mal, Paul. Ja, aber nicht dieser schwarz-weiß. Ja. Andere. Ey! Dann wird Autos platziert, alter! Ich... Wenn, dann nehmen wir echt die CKs, hallo? Äh, Paul? Ja? Nix. Das? Ach, nix. Ich komm jetzt hoch. Dann komm doch... Was? Woont ihr alles hin, alter? Hör doch mal auf! Ey, Zane! Ey, Zane! Junge, ich verlasse gleich! Komm mal kurz ins Spielchat! Okay. Mach ich auch! Mach ich auch! Mach ich auch! Alter! Wo? Warum ich? Hm, Paul! Ich weiß... Was soll ich so machen? Aber es ist ne Stadt! Wollt ihr Vater ein Kind spielen? Es ist ne Stadt! Junge, sei mal leise! Ja, es ist ne Stadt! Du baust äh... Sachen, die noch nicht mal... Ja, du musst an die Wand machen! Was? Was machst du? Du... Du baust da einfach... daraus nicht ne Stadt, sondern daraus... Komm, Fernseh! Du baust uns! Nimmste Sache der Welt raus! Was macht ihr? Ich baue gar ein Fernseher! Aber hast du noch andere Fernseher? Genau selber, wenn ich das suche... Wie kann man noch mal ein ganz normaler Lenk spielen? Äh... Doppelsprung! Ich muss ganz noch was hin platzieren! Ja, das ist mein... Junge, ich mach euch jetzt einen richtigen Fernseher dahin! Ein Stuhl, na gut! Ja, das kommt unten zum Wohnzimmer, komm! Nein, das ist kein richtiger Stuhl, Mann! Das ist ein spätener Stuhl! Von Williacht! Ey, lass mal den Fernseher nehmen! Oh! Ich hab ne Idee! Nein, lass den Fernseher hier nehmen! Der ist größer! Voll! Lass den Fernseher nehmen, ey! Juhuuu! Das macht aber! Äh... Was denn? Kann auch das nehmen... Äh... Alter, wie cool! Wie cool! Ein... Ein... Wow! Äh... Wann los, was machst du da? Ey, sein, komm mal bitte raus aus seinem App! Also nicht zum Zentrum, sondern was er ja alles gemacht hat! Das ist ein Hotel! Das ist ein Hotel! Das ist ein Hotel! Woher? Ich such ein Hotel! Herr Pau, guck doch, was ich habe! Ventilator funktioniert! Loll! Geil! Noch überall, leider! Loll! Den habe ich eigentlich gefunden, ihr... Schau, hier... Hier backen Ventilator! Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ja, scheiße, da ist ein Haus! Paul! Rein! Ich hab was richtig kohle für uns! Jetzt mach'n Pferde, ja! Warte doch! Ich will was... Ich will als erstes was haben! Guck mal! Teil uns! Wir haben noch kein Kind! Wir haben noch kein Kind! Pinot, ich mach' euch einen Fernseher! Warte? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Pinot, wann geht's los? Wir sind im Weißmaß und wir machen ohne Waffenfall! Don Luis, hör auf! Wir haben da gerade gerade an unser Haus geschossen! Oh, Mann! Der spawned raus! Don Luis, sag's vielleicht alle Waffe! Ey, Don Luis macht's kaputt! Ey, ich mach'n was hin sporent, John! Ich hab' da einen sporent! Ja, was hat denn Luis gemacht? Der ist jetzt da dran! Ich hab' den Fernseher hingesporent! das ist noch nicht mal ein fernseher das war was falsch hier ist das fernseher ist das nicht kann ein richtiges bett machen wo zwei kissen wir kommen mit paul warte und nur ist ob es kann man das ist eine burg bisschen verarschen kommen jetzt ein geschenk für dich kommen nach unten ich habe einen fernseher für euch gemacht ich denke den packt in unserem bett kommt ich kann ich habe eine idee lass uns das machen die brauchen nur einen da ja ich mache in der wand folge mal das ist ein ja genau das schießt uns wertmann durch das auto vergrößern dass ich auch abgeschossen wie vergrößerst du autos ich bin ein auto drin aber jetzt das kann große auto mit ich habe geburt gebaut ich habe die ehrenlos ich versuche ob man unter die größten autos das ist ja nicht ich habe mich gerade gekillt hat ich habe mich gerade gekillt hat ein pino pino nein hör mal auf ich habe das unterbriefkasten ja natürlich hör auf das unterbriefkasten was ist denn der jetzt habe ich den richtigen fernseher ja okay das ist ja nicht oh mann wo ist denn die die scheiße äh scheiß ja ich habe scheiße gebaut ich bin ich der da hab ich ich darf scheiße komm 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 hum Schatz, ich stelle was an. Ich stelle was an. Junge, wisst ihr was? Ich mache mir jetzt ein Haus vor dem Gaming-Zimmer. Schatz, guck mal, was ich platziert habe. Das ist so ein Riesen-Zug. Das ist verarschen. Wo ist sie gerade weggemacht? Paul? Paul? Er schießt mich hier gerade ab. Er hat nichts gemacht. Ich, das war ein Pino. Ja. Ich bin nicht Pino. Mann. Paul, guck mal. Ich muss mich auch abgeschossen. Oh, Paul ist eine Riesen-Zugfrau. Paul? Paul? Hä, warum redet Paul nicht? Paul? Ich muss immer mal reinbringen. Was denn? Ich blaze euch jetzt also. Hange nicht auf. Äh, Paul. Warum ist hier so n' riesen... Warum habe ich hier so n' riesen Müll einmal platziert? ich habe eine idee riesen pizza oder eine ganz kleine pc ich mache euch jetzt ein fernseher hier ich habe einen fernseher gemacht aber ich habe mich dann gemacht Paul Paul wo bist du komm mal her komm mal dahin ich habe euch den Fernseher geplaced ich habe eine Rübe oder ich habe euch den Fernseher geplaced komm mal Riesens Stinky Pinky Pizzi Lala Hallo Dabfisch Warum redet Paul nicht? Oh ey Puzzle Hello Hello Hey du bist unsterblich Äh Soll ich jetzt was platzieren? Es geht um die ganze Alter sind alle Häuser kaputt Ich jetzt was? Ich zeig Ich bleib das Ich fang erstmal klein an Ich weiß Ich weiß Toll Toll Euer Pallab Toll Ich weiß nicht Das ist auch ein ganzes Toll Damit kann man alles kaputt Alles Alles Guck mal was ich gerade überall finde Und Sag mal Louis das ist einfach schloss Ich komm schon an Ich geh voll von ihm Was hat er gerade gesagt? Deswegen der Louis weil er uns auszerstört Können da knissen Leute Guck mal was ich gerade in der Map baue Wo seid ihr? Hallo Paul Ja warte Wo seid ihr? Oh meine Map Die beste Map der Welt Gar keine Beste Habt ihr die schon gesehen? Kommt mal her Guck mal was ich gerade hier die ganze Zeit inspaune Kommt mal her und guck mal was ich gerade hier die ganze Zeit inspaune Ich war riefen Du riefen Sag mir brühen Oh ja hast du schon gesehen was ich hinsbaune gerade die ganze Zeit? Was machst du da? Was machst du da? Was für auch schon alter? Ich hab euch tausend Fernseher gekauft Ich hab euch tausend Fernseher gekauft Das sind keine Fernseher alter Das ist ne Leinwand Ja Aber das sind die Ferse Jetzt soll ich mal eine riefen Lampe kaufen Eine riesen Lampe machen Wie kannst du diese riesen Sachen machen? Guck mal Wie machst du das? Komm lass uns alles groß machen Die große Stadt Komm lass die große Stadt machen Wie machst du das Paul? Die größte Leinwand Wie vergrößert ihr die Sachen? Nein geht nicht Weil Weil Er ihn sein Handy nicht hat Weil er Weil er Weil Ist ja egal Paul Hm? Ja Du legst mal Soll er annehmen Äh Ja Ist rasch Ey Nick Ja Lass mal Paul allein spielen Ja 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 Manni Schau mal Schau mal wie weit ich schon kann Schau Wie weit ich schon bin Ich bin jetzt Paul Ja hier schon Da Mal schon mal Paul Ich war da und Warte Ja Was dann? Ähm Ich bin einfach jetzt hier Schau Mal schon Ja Schau mal gleich 3 Ähm Trin Wurde die Ente? 10 Ja Schau mal bei Ja 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 Was? Ne Verlassen haribo nach kinder froh haribo ich weiß was wir machen können hallo machen sagen wollen wir ich weiß was wir bauen können ich weiß auch was wollen wir ein gefängnis bauen okay auf welcher map auf deiner ich weiß nicht wie das ist jetzt kommt macht eine freie insel macht eine freie wie ist eine insel verlassen nö komm lass einfach was bauen so irgendwas haribo muss man davon oder irgendwas machen habe ich Haribo? Oh, da mag ich es nicht. Leute, einzige Ballmank hier ist schlafen und geschlafen. Das ist ein junger Hund und junge Hunde müssen auch früh schlafen. Ja, hallo? 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 Hallo, süß! Warum bist du verlassen? Ich muss loslegen. Ich muss loslegen. Ich muss loslegen. Jetzt schreibt er rein. In den Chat. Entschuldigung, ich ansprach auch YouTube an. GaballoTV? Oh, kein Scheiß. GaballoTV. Oh, duftal. Und hier, ich muss loslegen. Und hier, ich muss loslegen. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist nicht so. Ich muss loslegen. Ja, ich muss loslegen. Ich muss loslegen. Warte, ich will ganz kurz gucken, wenn ich auch noch nicht irgendwie viel machen kann. Ganz kurz, noch nicht, noch nicht. Ich will ganz kurz noch was eingeben. So. Noch nicht, noch nicht. Warte, ich will mich gerade auf YouTube an. Hä? Da läuft nur das. Ist da das schnell vorbei? Ciao, Leute. Hauptsache, nein. Servus, wir müssen essen. Ja.